Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 168. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Und bevor wir überhaupt loslegen, will ich etwas Lustiges mit dir teilen. Es ist nämlich immer so, wenn die Zahlen 6 und 8 vorkommen, dann bin ich komplett überfordert, wie ich jetzt das sagen muss. Es ist jetzt 86 oder 68 und ich habe das nur, wenn die 8 vorkommt und die 6 und die 7. Also 8, 6, 8, 7, 7, 8, 6, 8. Das sind alles so ganz lustige Zahlen, die, keine Ahnung, bei mir nicht so flüssig kommen wie alle anderen Zahlen. Und ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist so. Wir wollen diese Woche im Podcast über die Energien des Monates reden. Und ich kann nicht unbedingt sagen, die Vertiefungen sind die Vertiefungen, aber, da ich ja selber gar kein Channeling gemacht habe, sondern das Channeling diesen Monat von der wunderbaren Isabel gemacht worden ist, geht es nicht wirklich um eine Vertiefung, sondern um eine Ergänzung. Und wenn du mir jetzt zuhörst und meine Stimme hörst, dann hörst du, ich bin noch nicht vollständig gesund, meine Stimme ist noch nicht wieder ganz da. Ich habe ziemlich heftigen Husten oder hatte ziemlich heftigen Husten und das ist etwas, was ich immer selber dann auf meiner Stimme über Wochen noch hören kann. Das heißt, wahrscheinlich hörst du das auch noch ein bisschen. Nichtsdestotrotz bin ich fit genug, dass ich mich hinsetzen und mit dir reden kann, was ja schon was ganz anderes ist als letzte Woche, wo ich mich so ein bisschen aus dem Bett gequält habe, damit ich mit dir reden konnte. Genau, wir wollen uns die Energien angucken und Isabel hat es ja schon gesagt im Channeling, es sind so zwei große Dinge. Flexibilität ist gefragt jetzt im Juni und Zusammenrücken, also das Miteinander steht auch ganz, das ist etwas, was für uns jetzt im Juni wirklich einfach auch ganz, ganz groß dasteht. Ich finde es ganz interessant. Juni ist ein Monat, in dem es wirklich darum geht, dich weiterzubilden, mehr zu lernen und dich mit deinem eigenen Wissen und deiner Weisheit zu verbinden. Und das ist etwas, was jetzt einfach sehr gefragt ist. Aber was bedeutet es denn eigentlich, sich mit der eigenen Weisheit zu verbinden? Und vielleicht fragst du dich auch gerade, wie mache ich das denn? Dich mit deiner eigenen Weisheit zu verbinden hat etwas damit zu tun, dass du dich auch dafür öffnest, dass du immer mehr lernst in deinem Leben, dass du eine ewige Studentin, ein ewiger Student bist, dass du nie aufhörst zu lernen. Denn in dem Moment, in dem wir die Augen öffnen und bereit sind, an dieser Welt teilzuhaben, lernen wir etwas Neues. Und dieses neue Lernen, das öffnet dann eben auch dafür, dass du deine eigene Weisheit erkennst. Denn je mehr du lernst, desto weiser wirst du auch. Je mehr du lernst, desto mehr kannst du dich mit deinem eigenen Wissen, deiner eigenen Weisheit verbinden. Aber wie hörst du denn diese eigene Weisheit? Denn ich rede ja immer davon, dass du die Weisheit der Seele hörst, dass du auf deine Seele hörst, dass du hörst, dass deine Seele dir sagt. Und da geht es tatsächlich darum, dass du lernst, in die Ruhe zu gehen. Dass du lernst, wirklich in diese Harmonie zu gehen, die dir hilft, die Ruhe wahrzunehmen. Sozusagen die Ruhe zu hören. Die Ruhe so in deinem Leben zu etablieren auch, dass du dich nicht mehr fragst, ob du sie hören kannst oder nicht. Die Energie des Monats bringt mit sich die Aufforderung zu meditieren. Denn wenn du dich wirklich mit deiner eigenen Weisheit verbinden möchtest und wenn du wirklich mehr lernen möchtest aus der Seele, aus deiner Seele heraus, also wenn du mehr Wissen aus deiner Seele in dein Leben bringen möchtest und auch darüber spricht ja Isabel in ihrem Channeling, dass wir jetzt diese Downloads haben und dieses Wissen in unser Leben bringen. Wenn du das möchtest, dann brauchst du auch das Ja zu einer Ruhe und einer Meditation. Das heißt, das wirkliche, ruhige Hinsitzen, die Fähigkeit zuzuhören. Und ich finde das interessant, denn dieser Monat ist aus meiner Sicht etwas hektisch und etwas unruhig. Und gleichzeitig kommt super intensiv aus der geistigen Welt die Aufforderung, in die Ruhe zu gehen, in das wirkliche Gefühl zu gehen, wirklich deine Gefühle wahrzunehmen und tiefes Wissen zu erlangen. Und wenn wir von diesem tiefen Wissen sprechen, dann geht es eben wirklich um das Wissen deiner Seele, die Wahrheit deiner Seele, die Verbindung deiner Seele auch, deine Verbindung mit deiner Seele. Bereit zu sein, Neues zu lernen, bedeutet auch irgendwo bereit zu sein, Geduld zu haben, einen Schritt nach dem anderen zu tun und intuitiv dich führen lassen, wo es jetzt hingeht in deinem Leben. Zuzuhören, was deine Seele dir als Impulse mitgibt, was sie dir sagt, wo es lang geht. Und das kann bedeuten, dass du das Gefühl hast, stillzustehen und gleichzeitig mit 120 kmh rennst. Und dann geht es darum, wirklich in diesen Stillstand zu gehen, in diese Ruhe zu gehen und die Energien wirklich fließen zu lassen. Juni lädt dich als Energie ein, im Fluss zu sein, im Fluss deines Lebens. Aber du kannst nur im Fluss deines Lebens sein, wenn du loslässt, wenn du die Kontrolle abgibst. Und auch da hast du eine interessante Herausforderung jetzt im Juni. Denn du bist aufgefordert, vertrauensvoll loszulassen, die Kontrolle abzugeben und zu wissen, dass der Weg, der jetzt passiert, der richtige Weg ist. Du hast jetzt die Möglichkeit, auf das zu fokussieren, was du erreichen möchtest. Den Fokus dahingehend zu lenken, wo es hingehen soll. Sprich, du hast die Möglichkeit, nicht nur zu manifestieren, sondern eben auch zu visionieren, für dich klar zu werden, wie die nächsten Schritte in deinem Leben sein sollen. Und da du im Juni eben wunderbar verbunden bist mit der Weisheit deiner Seele, bekommst du auch ganz klare Impulse, wo es denn lang gehen kann. Du bekommst von deiner Seele sehr klare Hinweise darauf, wo die nächsten Schritte deines Lebens liegen, wo es hingeht. Und wie du diese Schritte auch angehen kannst. Und in dem Moment, in dem du dich öffnest, dass du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommst, wie es vorangeht, wie die nächsten Schritte passieren. Aber und da ist so ein bisschen die Herausforderung bei Juni, du musst dafür wirklich loslassen, wirklich die Kontrolle abgeben und nicht weiterhin an etwas festhalten, was eigentlich nicht festzuhalten ist. Und genau da haben wir das Problem, denn der Juni ist ein Monat, einfach energetisch gesprochen, das hat jetzt nichts mit diesem Juni zu tun, sondern grundsätzlich dem Juni. Der ist sehr mental. Das ist ein Monat, in dem die Energie sehr stark im Kopf ist. Der Herrscher vom Sternzeichen Zwillinge ist der Merkur. Und du weißt, dass der Merkur ein sehr mentaler Planet ist. Und diese Energie können wir im Juni auch wahrnehmen. Diese Energie, die sehr stark im Kopf ist und der Kopf, der rast, der tausend Ideen und Möglichkeiten durchspielt, der einfach nicht zur Ruhe kommt. Dieser Monkey Mind, vielleicht kennst du den Ausdruck. Und in diesem Monkey Mind bist du aber dann aufgefordert, in die komplette Ruhe zu gehen und dann auch noch die Kontrolle abzugeben. Und das macht diese Aufgabe, die scheinbar so einfach ist, so herausfordernd. Du merkst dann eben, dass Hingabe und Kontrolle abgeben irgendwo das absolute Gegenteil ist von dem, was dein Kopf gerade macht, nämlich rasen, sich sehr viel schneller bewegen, noch schneller denken als sonst schon. Und darum ist es eben so wichtig, dass du in die Meditation gehst jetzt. Genauso wichtig ist es, in die Natur zu gehen. Also versuche irgendwo zu sein, wo du in der Natur bist, wo du verbunden bist mit der Natur, wo du an einem Fluss sitzen kannst oder vielleicht auch an einem See oder einem Ozean oder wo auch immer du bist. In einen Garten sitzen und einfach nur dich mit der Natur verbinden. Ich meine, Juni ist ein großartiger Monat, um sich mit der Natur zu verbinden, weil der Garten lädt so sehr ein, draußen zu sitzen und sich mit dem Garten zu verbinden. Und genau darum geht es für dich, dich wirklich mit der Energie zu verbinden, die da ist. Mit dieser grünen Energie der Natur. Mit dieser Energie, die dir hilft, in die Erdung zu gehen, in die Verbindung und eben auch ins Miteinander. Kalima, die Göttin, die Isabel gechannelt hat für uns, für Juni, spricht von der Verbindung, vom Miteinander. Und in diese Verbindung kommst du eben, wenn du in die Natur gehst, wenn du dich mit dem Grün der Erde verbindest, wenn du dich mit dem Blau der Erde verbindest, dann kommst du in dieses Gefühl der Verbundensein, in dieses Gefühl des Miteinanders, was ja so oft so fehlt. Und wir haben diesen Auftrag, in die Verbindung zu gehen und aus der Trennung. Wir haben die Aufgabe, aus dem Ego in das zu gehen, was miteinander ist. Und dafür bist du eben unterstützt, wenn du dich mit deiner Natur und deiner eigenen inneren Weisheit verbindest. Ich finde es ganz interessant, weil wenn ich dir sage, es ist wichtig, dass du in die Natur gehst und meditierst, dann bekomme ich gleichzeitig aus der geistigen Welt die Information, dass genau das unbeschreiblich schwierig ist im Juni. Und vielleicht ist dir das auch aufgefallen, vielleicht ist dir aufgefallen, wie schwierig es ist, in diese Ruhe zu kommen, weil der Kopf eben die ganze Zeit denkt und weil der Kopf noch schneller denkt als sonst. Und damit du das besser machen kannst, zeig mir die geistige Welt meditative Musik, also höre meditative Musik. Konzentriere dich auf deinen Atem. Gehe spazieren, aber nur spazieren, ohne dass der Kopf noch tausend Dinge tut. Vielleicht gehst du barfuß. Mache etwas, was dich dabei unterstützt, in die Erdung zu kommen. Und wenn du dich fragst, wie du in die Erdung kommen kannst, ich verlinke dir in den Shownotes einen Blogbeitrag darüber, wie du dich gut erden kannst, je nachdem welches Element dir am nächsten ist. Denn vielleicht bedeutet für dich Erdung, dass du dir vorstellst, in einem großen Meer zu schwimmen. Das kann sein. Diese Aufforderung, in die Ruhe zu gehen, ist eine große. Die Aufforderung, die Kontrolle loszulassen und einfach der geistigen Welt die Führung zu überlassen. Und natürlich wäre diese Aufgabe zu einfach, wenn wir das einfach tun könnten. Ganz im Gegenteil, der Juni bringt dich immer und immer wieder in die Konfrontation. Der Juni bringt dich immer wieder dahin, dass du gegen das ankämpfst, was gerade da ist, gegen die Situation ankämpfst, in der du steckst. Und ich erkenne das gerade von mir selber auch sehr genau, dass ich sehr kämpfe gegen die Situation, in der ich gerade stecke. Und gleichzeitig weiß, es ist jetzt einfach eine Geduldfrage. Es ist eine Frage der Gedulden. Es ist eine Frage der Kontrolle. Und ich bin einfach aufgefordert, loszulassen und zu wissen, alles wird gut. Es braucht einfach gerade seine Zeit. Und alles hat einen tieferen Sinn. Aber auch das braucht gerade seine Zeit. Und es ist auch völlig in Ordnung, da jetzt nicht in der Harmonie damit zu sein, sondern vielleicht auch ein bisschen dagegen anzukämpfen oder wütend zu sein darüber. Aber immer wieder zurückkehren zum Atem, zu der Erdung und dahingehend die Kontrolle einfach abzugeben und zu sagen, naja, jetzt ist die Situation so, ich kann es gerade nicht ändern. Nehmen wir es so an, wie sie ist. Es ist in Ordnung, so wie es ist. Und wenn du das kannst, wenn du wirklich loslasten kannst, die Kontrolle abgeben kannst, dann hast du die Möglichkeit, in eine wunderbare Beobachterrolle rein zu geraten. In eine Rolle, in der du beobachtest, wie du dich selbst verhältst. In der du vielleicht merkst, oh da habe ich eine Lösung oder da gibt es eine Möglichkeit. Und gleichzeitig aber irgendwo bei dir bleibst und sagt, ich beobachte einfach ganz neutral. Und das, dieses Beobachten, das Neutrale bringt dich dann eben dahin, wo du die Harmonie fühlen kannst. Dahin, wo du die Weisheit deiner Seele wahrnehmen kannst. Und wo du fühlen kannst, was deine Seele dir an Impulsen geben möchte. Welches die Schritte sind, die jetzt gegangen werden möchten. Der Juni fühlt sich für mich ein bisschen an, wie wenn du ein Pferd hast, das auf einer Rennbahn losgelassen werden sollte und das Pferd ist richtig heiß, aber es ist noch in der Startbox und darf noch nicht rennen. So dieses Gefühl von ich will los, ich will los, ich will los. Und gleichzeitig bist du in dieser Startbox drin und es geht eben noch gerade nicht los. Und das ist nicht schlimm. Es ist einfach eine Eigenheit von Juni. Dieses Gefühl von ich will die Harmonie fühlen. Und gleichzeitig bin ich irgendwie unterschwellig, wütend oder aggressiv oder sehr ungeduldig. Dieses Gefühl von ich will die Gemeinschaft fühlen. Und gleichzeitig das Gefühl von aber ich weiß nicht, was ich dazu beitragen könnte. In dem Moment, in dem du erkennst, dass die Dualität auch in dir selber vorhanden ist und du als duales Wesen sein darfst. Das ist der Moment, in dem du erkennst, dass du in die Ruhe gehen darfst. Dass du nicht im Kampf sein musst, sondern in der Harmonie sein darfst. Und auch das bringt der Juni mit sich. Denn obwohl sich der Juni sehr arbeitsam anfühlt und irgendwo etwas anstrengend vielleicht, ist er unterm Strich ein Monat, der sehr viel Freude mit sich bringt, sehr viel Möglichkeiten zu spielen, in die Verbindung zu gehen, dich selber auszudrücken, auch vielleicht künstlerisch. Und ich finde das so eine schöne Möglichkeit auch, diese Fähigkeit zu sagen, okay, ich kann in mir auf der einen Seite das Gefühl von lass die Kontrolle los und lass einfach fließen, wahrnehmen. Und auf der anderen Seite das Gefühl von ich will aber die Kontrolle halten und ich will alles verstehen. Und wenn du es schaffst, diese beiden Dinge zu vereinen und dich dabei kreativ auszudrücken, dann werden die wunderbarsten Dinge daraus entstehen. Das heißt, du bist eingeladen, wirklich loszulassen, zu akzeptieren, dass du beide Seiten von dieser Medaille bist. Und das, was dann passiert, auszudrücken. Und vielleicht bedeutet das, dass du ein schwarzes Bild malen musst, dass du ein Bild malst, das nur schwarz in schwarz ist, weil du wütend bist. Es könnte aber auch sein, dass auf diesem schwarzen Bild dann die schönste Landschaft entsteht, das Allerschönste geschehen darf. Und wenn du dich so ausdrücken kannst, dass du merkst, oh, da ist etwas Wunderschönes daraus entstanden, dann bist du in der Energie des Junis, dann bist du angekommen. Dann kannst du wirklich diese Energie nicht mehr als Kampf sehen, sondern als Spiel. Als ich selber auf einer Schaukel sitzen sehen, die nach vorne und nach hinten schaukelt. Und beide Extreme sind Extreme und das ist zu viel. Aber in beiden Fällen, wenn du dann in die Mitte kommst, kommst du dahin, wo die Freude ist und kannst erkennen, wie glücklich es auch ist, genau das zu lieben. Und vielleicht geht es dir wie mir und du hast gerade eine kleine Geduldsprobe, die du da bestehen musst und fragst dich vielleicht ein bisschen, warum denn? Und vielleicht ist deine Aufforderung ganz einfach, weil da, wo du gerade bist, bist du genau am richtigen Ort, damit du den Menschen begegnest, denen du begegnen solltest, damit du die Dinge tun kannst, die du tun solltest. Egal, ob das was Großes ist oder was Kleines, vielleicht geht es nur darum, etwas einkaufen zu gehen. Aber da, wo du bist, bist du am richtigen Ort. Egal, wie sehr du Lust hast, dagegen anzukämpfen und auch das Ankämpfen ist komplett in Ordnung. Es ist okay. Denn für dich ist es ganz wichtig, dass du wirklich jetzt auch ruhige Zeiten hast. Zeiten hast, in denen du aus diesem Wuseln und Wirren raus kannst und einfach nur sein kannst. Für mich ist einfach nur sein, irgend in einem Gewässer auf dem Rücken zu liegen, in den Himmel zu schauen und mich treiben zu lassen. Ob das nun ein Meer oder ein See ist oder ein Fluss, ist gar nicht so wichtig. Einfach nur das Loslassen, das Hingeben, das Getragenwerden. Du bist eingeladen, dich tragen zu lassen. Du bist eingeladen, die Kontrolle abzugeben und einfach nur ins Gefühl zu gehen. In das Sein, ins Getragensein, ins Getragenwerden. Es kann sein, dass sich der Juni für dich ein bisschen ernsthaft anfühlt. Dann versuche ihn wieder von der lustigen Seite zu nehmen. Und denke daran, dich mit Dingen zu umgeben, die dir gut tun. Was ich damit meine, sind Dinge, die deiner Seele gut tun, bei denen du dich wohlfühlst. Für mich sind es ätherische Öle und Räucherwaren. Das heißt, ich werde weitermachen, ganz viel räuchern und dafür sorgen, dass es mir gut geht. Der Juni ist ein bisschen eine Herausforderung für die Seele. Und deswegen tue Dinge, die deiner Seele gut tun. Wenn es für deine Seele gut ist, ein Eis zu essen, dann ist Eis. Wenn es schöne Musik ist, dann hör schöne Musik an. Wenn es Kunst ist, dann nimm dir Zeit für die Kunst. Und wenn es ätherische Öle sind, dann räuchere und gehe in die Verbindung mit den Ölen und den Düften, die dir helfen, dass du deiner Seele was Gutes tun kannst. Und wenn ich jetzt so in die Zusammenfassung komme von diesem Monat, dann finde ich das ganz interessant, weil man sagt ja immer, die Zwillinge haben diese zwei Gesichter, die beiden Möglichkeiten. Und genauso fühlt sich dieser Juni für mich auch an. Nach ein bisschen zwei Gesichtern. Der Möglichkeit, in den Kampf zu gehen oder in die Harmonie, in die Verbindung oder in die Trennung. Du wählst, was sich für dich gut und richtig anfühlt. Verbinde dich mit deiner Seele. Verbinde dich mit der Natur. Geh in die Erde. Geh in die Natur. Geh ins Loslassen und ins Getragensein. Und damit beende ich für heute den Seelenschimmer-Herzensdialog. Die Gespräche mit Marisa. Alles Liebe. Geh in die Natur. Geh in die Natur. Wir erzählen